Ja, hallo wieder bei Vivi 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 und wir sind gerade in dieser Interference Und das war jetzt richtig asozial, ich weiß nicht wie oft ich an dieser Stelle gefailed bin Und wie oft ich daran failen werde Also die Sache ist ganz einfach, wir müssen wie gesagt Wieder hier so rüber Und ich hoffe, ihr verzeilt mir, wenn ich ein bisschen stiller bin währenddessen. So, und jetzt müssen wir darauf aufpassen. Jetzt muss der Doktor... Wir müssen immer nur ganz kurz runter, dass der auf die Plattform geht. Und dann da auch anhält. So. So, ja. So. Und. Na, okay. Das war schon mal nichts. Und zack. 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 So. Ach du Scheiße. Ja. So läuft das Ganze dann nämlich. Springen dann werden das ein und werden das gerade so gut schon, ey. So. Das war nichts. Unter anderem. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Das könnte richtig gefährlich werden. Wie gesagt. Ja. Ich habe nichts gesehen. Nichts auffälliges. Nichts, woran man sterben könnte. Das passt schon alles. Das war auch nichts. Das war auch nichts. Ich erinnere mich sehr irgendwie an diesen, ähm, wie ist das, Gravitation Trunk bei Terraria. Das ist auch ein richtig geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal einen LP von mache. Ich hatte auf meinem alten Kanal, hatte ich da mal was. Das war auch nichts. Leute, das war auch nichts. Gut. Allerdings, äh, lief das, äh, ich weiß nicht, ich glaube 19 Parts oder sowas. Den ganzen, der, beim Devitor bin ich überhaupt auf das Spiel gekommen. Und das ist wirklich geil eigentlich. So. Und es ist wieder zu kurz gewesen, Leute. Also. Zack. 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 So. Und jetzt bleibe ich mal etwas länger. Das war wieder zu kurz. Scheiße. Nein. Wahrscheinlich ist es so, dass man, wenn man lange genug bleibt. Ah, okay. Sehr gut. Ah. Ich hab Angst, ich hab Angst. So, warten wir, bis er oben ist. Ah. Scheiße. Das war nichts. Schöne Scheiße. Ja, klasse. So. Ah. Klasse. Mach mal rein. Und. Na, wieder zu kurz. Also gar nicht, was ich da jetzt so sagen soll. Es ist schwierig. Es ist scheiße. Du, es ist das, hey. Not as I do. Wenn du das tun würdest, was ich gerade die ganze Zeit tun würde, dann wärst du ziemlich aggro. So, ähm. Das wär eigentlich fast genug, Leute. Was soll denn? So. Ach Mensch, es war doch, es war doch lange genug, Leute. Komm schon. Gib's zu. So. So. Und. Sehr gut. Achso, der wartet auf uns oder so. So. Na, 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 na. Bitte, bitte sag mir das. Sag mir das ja. Na, ha, nein, nein. Puh. Puh. Scheiße. Okay. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Ja. Schön. Sehr schön. So. Nochmal. Okay. Okay. Kleine Mikro, glaube ich. Warte mal einen Moment. Okay, das sollte gehen. So, okay. Er ist weg. So. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst. So. Warte mal. So. 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 Ja. Sehr geil. Sehr geil. So. Und so. Ja. Geschafft. Wir werden immer verloren sein. Okay, come on. Things aren't that bad. I have a feeling that we are nearly home. I can't be too far from another teleporter. I hope you're right, Captain. Ach, so. Ja. Schöne Scheiße, Leute. Schöne Scheiße. Das war asozial. Das war richtig asozial, Leute. Das war richtig schön asozial. So. Ja, das war nichts. Also wir müssen da immer aufpassen, dass er wirklich an der richtigen Entfernung von uns ist. So. Also wir werden wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. So. Nein. Nein, 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 Leute. Nein. So. Rüber da. Ich bin blöd, Leute. Ich bin manchmal echt blöd. Ah, das ist richtig toll. Das ist richtig schön. Weiß nicht. Wahrscheinlich lacht ihr euch jetzt einen ab, wie schlecht ich eigentlich bin. Ne? Äh, äh. Na. Darüber dürft ihr lachen. Darüber lache ich auch. Weil das war einfach nur dumm. Das war ein Mikro. Klar. Nur als Entschuldigung. Äh. Leute. Nicht toll. Gar nicht toll. Es ist doch nur... Nein. Komm, Leute. Nimmts nicht zu genau. Ja. Das wird schwer. Das wird richtig schön schwer. Ah, nein. Er hätte es geschafft. Ey. Aber ich natürlich nicht. So. Jetzt aber. Komm schon. Leute. Was soll der Scheiß? Wo bleibst du? Okay. Was muss ich da machen? Was war da noch? Komm schon, ey. Junge. Was soll der Scheiß? Hallo? Was soll der Scheiß? Also, der kommt einfach nicht hinterher, Mann. Was soll der Scheiß? Geh weg. Mein Gott. So. Schrecklich. Schrecklich, Leute. So. Na toll. Der nimmt das ziemlich genau was. Ah, komm schon. Komm schon. Nicht cool. Gar nicht cool. Und jetzt? Geh dir einfach ruhe. Was soll der Scheiß? Komm. Also, ich meine. Ich habe es schon fast geschafft. Aber dann ist dieser Typ einfach so grenzdebil und läuft dagegen. Komm schon. Ey, Leute. Ich stehe ganz am Rand und er springt einfach mal dagegen. Volles Karacho dagegen. So. So. Okay. Na, ich stand am Rand. Hier. Ich, 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 ja, ich. Es war alles perfekt, Leute. Es war alles perfekt, Mann. Es war alles perfekt, abgesehen hiervon. Hilfe. So. Das wird richtig manchmal. Ich muss mal kurz den Aufnahmestopp. Wir sehen uns später. Bis dann.